Ach, und jetzt ist hier grün, ne? Ja, jetzt kann ich hier aufmachen. Also erst noch mal hier. Lass mich erst noch mal hier rausschauen. Mein Gott, so viele Wege. Wo muss ich denn jetzt hin eigentlich? Ach, halt mal auf hier. Okay, Le Door ist open. Le Door ist open. Das heißt, wir könnten jetzt da durchfahren, oder? Nee, kann man nicht. Die Autos sind noch im Weg. Okay, okay. Lass uns mal schauen. Bäm, Euler. So. Dann krallen wir uns in unser Fahrzeug. Und dann schauen wir, ob wir da durchkommen. Hier komme ich durch. Okay, okay, hier komme ich voll durch. Ich komme voll durch. Wie, ich was? Nein. Und jetzt? Ich könnte auch da unten sein. Ich frage mich jetzt nur, wie es weitergeht. Hm. Ich will jetzt nicht zu weit fahren, Mensch. Okay, okay, ich sehe schon. Oder, warte. Ich muss da vorne nochmal rum. Vielleicht ist es ein Kreis. Lass uns mal schauen hier. Wo komme ich hier raus? Ah, okay, okay. Dann komme ich dann deshalb da raus von der Brücke. Da war ich vorhin auf der anderen Seite. Alles klar. Das ist schon mal gut. Das heißt aber, dass ich dann doch da runter kann irgendwie. Und das will ich mir jetzt nochmal anschauen. Hier geht es wohl offiziell weiter. Ich hasse Weggabelungen, aber da komme ich jetzt nicht drum rum. Hoch hier. Oh, komm schon. Das heißt, wir müssen nochmal zurück hier. Und dann will ich mal schauen, was da unten noch zu holen ist. Nicht, dass wir irgendwas Geiles verpassen hier. So. Das heißt, wir haben jetzt... Oh nein, ich kann nicht zurück. Warum kann ich nicht zurück? Mach das Scheiß-Tür auf. Mach die Scheiß-Drecks-Tür auf. Das will ich ja gar nicht. Warum? Warum? Warum tun die mir sowas an, liebe Entwickler? Wege versperren ist ganz schlecht. Miese Scheiße, das ist. Oh Mann. Jetzt habe ich es verloren. Ich komme nicht mehr zurück. Das quält mir gar nicht, Mann. Zum Kotzen. Können gerade nochmal neu laden. Das Spiel. Mach auf hier. Mann. Sowas ist verdammt ärgerlich. Das muss auch nicht sein. Egal, jetzt spiele ich einfach weiter. Das ist doch echt eine dumme Entscheidung. Wer macht sowas, frage ich mich. Wer macht sowas? Wer entscheidet sowas? Okay, pass auf. Wir machen hier eine Schiebetür. Wenn er durch ist, dann kommt er nie wieder zurück. Egal, ob er die Wegeablung gemacht hat oder nicht. Das ist doch Wahnsinn. Was denken die sich dabei? Security Check Station. Half Mile. Be prepared to stop. Never. Rest Area. Two miles. Okay. Ein Parkplatz. Okay, okay. Da vorne sieht es wieder zivilisiert aus, etwas. Oh Gott. Hilfe der Feindeninfanterie und transisiere Feinde. Ja, gerne. Oh Gott, ein Zug. Okay. Krieg. Dann spielen wir jetzt etwas Krieg. Okay. Wir haben nicht genug Munition, um die Stellung zu halten. Sie bekommen taktische Befehle über Funk. Der Rest von uns ist in Rage. Die Jungs sind in schlechter Verfassung. Ich merke schon. Komm schon. Komm schon. Wir bomben alles nieder. Bomben alles nieder. Brennt alles nieder. Okay, okay. Löhmachschi... Oh, oh. Da, da, da. Da, da. Hau rein, das Granätchen. Okay, okay. Schnell, zum Maschinengewehr. Zum Maschinengewehr. Okay, sterbe, sterbe, sterbe. Weg hier. Fuck you, geh weg. Oh, Mann. Nichts genützt. Was für eine Dreckswaffe. Der kommt ja gleich um die Ecke und ich bin ja halbtot. Wer schießt denn da auf mich? Beziehungsweise, wer trifft denn mich drin da? Komm schon. Der ist tot. Ja, ja, ja. Komm schon. Oh Gott. Ich sterbe halt einfach. Oh, Wahnsinn. Warum hilft mir eigentlich keiner? Muss ich alles alleine machen. Was geht denn da oben ab? Stehen bleiben. Okay. Puh. Das war jetzt etwas stressig. Aber nur dezent. Stressig. Was haben wir hier? Munition. Okay, okay. Da oben ist ein Dossier. Das will ich mir schnappen. Aber nicht von hier. Munition. Hier. Ein Bier würde mir jetzt richtig gut tun. Mir auch hier. Oder zwei. Zwei würden mir noch mehr gut tun. So, hier ist nichts mehr. Dann. Was ist das für eine fette Barrikade hier? Was haben die hier aufgebaut? Wahnsinn. Der Zug ist aber auch endlos. Kann das sein? CN. N. CNN. Na gut, kein Fahrzeug hier. Oh, hallo. Warum tun die das? Warum greifen die mich an? Hier ist ein Fahrzeug. Ich möchte gerne mehr Kontext. Sag halt mir, warum ihr das tut. Woher kommt diese Alien-Invasion eigentlich? Mann, was zum Teufel ist hier los? Ja, meine Frage. Sieht so aus, als könnte die vierte Infanterie die Kavalerie gebrauchen. Falls noch welche davon übrig sind. Ja. Wir müssen nach Rachel Mann. Wir sind auf dem Weg, man. Ich gebe dir mal noch schon Mühe. So schnell wie es geht. Aber man muss auch vorsichtig sein. Das ist das Problem. Ziele der Gelegenheit. Oh Gott, da passiert doch jetzt was. Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, die Brücke stützt zu sein. Happy Mattress Inc. Twin Queen. King. Huge Mattress Sale. Okay. Ach so, Matratzen. Okay. Wer es braucht. Oh Gott, oh Gott. Ich fahre bestimmt an tausend Dossiers vorbei. Die sind bestimmt so fies, die Entwickler. Und verstecken die hier irgendwo am Rand. Man sieht sie nicht. Was geht ab? Ist da irgendwas am Kommen? Nee. Hört sich so bedrohlich an hier alles. Okay. Oh, okay, okay, langsam. Suche nach einem Weg durch den zerstörten Zug. Ein Industrieunfall war das sicher nicht. Pierce, wir sollten unseren Rastplatz umsehen. Vielleicht kommen wir da. Ja, ja, das machen wir doch glatt. Das hat aber eine fette Handbremse gezogen am Abhang hier. Nicht schlecht. Während er ausgestiegen ist. Wow, sieh dir die Ruine an. Einmalig. Das ist übel. Da könnte jemand verletzt werden. Und wer? Ich sehe niemanden. Machst du dir Sorgen um die armen Unsichtbaren vom Zug? Wissen Sie was, Grayson? Manchmal sind sie ein Arsch. Tut mir leid. War deine Mammenschaffner oder so? Fahr zur Hölle. Ja, Gil. Komm, Kopfschuss. So eine fiese Scheiße muss die auch noch sein, wenn wir mitten im Krieg sind, oder nicht? Mobbing, sage ich nur. Mobbing. So. Das sieht mir nicht so geheuer aus. Das donnert im Hintergrund. Hey, Wahnsinn. Einmal kurz geschossen. Bam, oder? Getroffen. Ich sehe es nicht richtig. Komm schon. Granate. Granate. Noch eine Granate. Ja, Mann. Huh. Aber hallo habe ich die. Kommt immer mehr. Fickt euch. Fickt euch noch. Oder Mütter. Gell? Oh, oh. Ich bin durchgebrochen. Ich bin durchgebrochen. Durchbruch. Durchbruch. Jungs, beschäftigt die. Kommt da auch noch welche? Ja, ja, ja. Bin dabei. Was ist los mit euch? Die ekelhaften Typen. Wo kommt ihr her? Was wollt ihr? Redet mit mir. Dann werde ich euch vielleicht mal verschonen ein paar. Oh Gott, oh Gott. Hier alles ein Haufen Müll. Die Einheimischen sind doch alle verrückt. Ja. So ein bisschen würde ich sagen. Oh, woman. Schauen wir mal. Ist es normalerweise verboten, aber... ...auf dem Frauenklo ist ein Dossier. Wer hätte es gedacht? Oh Gott, er präscht. Pierce. Warst du gerade in der Frauenverlager? Also echt, Mann. Ihr Auge dippen. Oh, guck mal hier. Alles voll. Geheimtipp, Frauentoilette, ne? Geile Scheiße. Und wer ist im Manns Toilette? Der. Icegold. Oh Gott, Icegold. Ich möchte gerne... Ich kann hier nichts machen. Nichts kann ich machen. Nichts für mein Wohlbefinden. So, dann gehen wir mal aufs Scheißhaus von den Männern. Ja. Und genau so kenne ich das. Oh, der hat auch noch mal ordentlich Durchfall gehabt, ey. Oh. Hat sich das mal verwirkt? Ne. Kommt ihr? Ja. Ihr kommt schon. Oh. Oh, Wahnsinn. Boah, krass. Heftigstes Zugunglück. Wow. Das sehnt mich etwas an Super 8. Der Film von J.J. Abrams. Sollte man mal gesehen haben. Oh. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Vielleicht wurde der Film durch dieses Spiel inspiriert. Wer weiß. Wer weiß. Da ging es auch um Aliens. Oder um ein Alien. Oh Gott. Kontrollpunkt gespeichert. Oh, Tunnel. Tunnel ist immer ganz schlecht. Da kann man nicht wegrennen. Was denn? Was denn? Ja, ja. Okay, okay. Granätchen. Granätchen. Das war ganz schlecht, das Granätchen. Ja, ja. Ihr was. Ich bin ein guter Schütze. Äh, Granatschütze. Sollte, komm her. Oh. Eiskalte, ich soll hier ranstellen. Und in Sicherheit. Wiegen. Abchecken hier. Kommt ihr? Na ja, das sollt ihr ja. Das seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr habt... Die Frage ist, was ist das für ein Zeug? Was plündern die denn? Was gibt's denn da zu plündern? Plünder ran. Ist hier noch irgendwas? Oh! Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg oder was? Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich bin hier auf einem... ...nicht richtigen Weg. Doch. Oh, fuck. Okay, okay. Ich muss mal kurz da hinten rumschauen, ob da auch irgendwas ist. Bevor mir hier wieder die Wege abgeschüttet werden. Jungs, kommt her. Oh, scheiße. Kommt ihr her? Ja. Ich muss nur kurz schauen, was da hinten ist. Ach, Sackgasse, oder? Ja, ja, ja. Sieht in der Sackgasse aus. Aber hier gibt's noch... ...Munition. Okay, okay. Das wollte ich nur wissen. Hier geht es nicht weiter. Okay, da muss ich hin. Ja, mir fehlt eine Funktion fürs Rennen. Das ist ein bisschen mies hier gemacht. Das taugt mir nicht. So. Dann machen wir mal die Bösewichte hier nieder. Die meinen, die können hier nämlich hier penetrieren. Ah! Ja, ja. Oh, fuck. Komm schon. Down. Wo sind die Nächsten? Da hinten rennt er. Da hinten rennt sie. Oh, geil erwischt. Den hab ich gut erwischt. Oh Gott. Himmel. Was tut dir leid? Warum rede ich dir so komisches Zeug? Komm schon. Hab ich. Nicht reinrennen. Da ist noch einer. Ja, ja. Ich bin voll dabei. Ihr könnt mir ruhig ein bisschen helfen. Komm, man läuft. Das läuft, wenn ihr mitmacht. Wenn ihr mitmacht. Oh, scheiße. Munitionstechnisch. Hab ich. Hab ich. Bin durchgebrochen. Ich bin durch. Komm her. Komm raus. Wagt dich nochmal raus. Komm, komm, komm. Da ist er. Oh, fuck. Munition. Das war knapp. Bam, Alter. So. Haben wir das auch, ja? Oh Gott. Was ist da vorne? Wie ein Auto. Ich möchte kein Auto mehr fahren, bitte. Wir kommen nicht rein. Oh, hier. Was, 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 was ist hier? Dossier. Ich weiß gar nicht. Wir können irgendwo, wir können nirgendwo einsehen, wie viel Dossiers wir haben, wie viel es noch gibt. Finde ich etwas schwach. Es wird auch nichts erklärt. Le Tutorial war mager. Ist nicht vorhanden. Okay, okay. Gut. Dann sind wir jetzt hier. Wieder auf der Straße. On the road again. So. Dann einsteigen, Jungs. Ich will weiter. Ich will endlich in Rage lang kommen. Es geht mir auf die Eier hier, die Straße lang zu heizen. Oh Gott, oh Gott. Heureka. Weggabelung. Ganz schlecht. Wieder. Okay. Wegzusammenführung hier unten wieder. Ah ja. Das wäre so britsch gewesen, da oben entlang. Aber jetzt müssen wir mal auf der Brücke gucken. Vielleicht wäre da noch was gewesen. Es ist zum Kotzen. Vielleicht ist da noch ein Dossier versteckt oder so.